Wir wollen wissen, wer ist auf Platz 3, 2 und auf dem ersten Platz gelandet. Dazu bitte ich meinen lieben Freund Senat Nemisevic auf die Bühne. Er hat gerechnet. Herzlich willkommen, Senat. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei Umschläge. Also es ist was ausgewogen. Wir haben ein Ergebnis. Senat, wollen wir einen dritten Platz ankündigen? Wollen wir mal sagen, was der dritte Platz bekommt? Überhaupt. Der dritte Platz bekommt ein Reise-Voucher von Mary Tetwell München. Wir werden gleich auch fahren, wohin es geht nach Europa. Ein Gift-Bag von NYX. Und wir sind gespannt. Platz Nummer 3. Beobachte dann immer, dass die Augen hier so rüberkommen. Sehr angenehm, wenn die Zettel geöffnet werden. Platz Nummer 3. Bayern-Finale-Supermodel-Contest geht an.